Was geht meine Freunde? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Bis dato war mein Tag echt ganz gut. Proba war hier, aber nett zusammen gegessen. Es war echt angenehm. Dann kam plötzlich Puk, äh Pukki durch die Tür. Pupi, ich weiß gar nicht wie du heißt. An der Stelle schön, dass du hier bist. Ich hab doch jetzt was vorbereitet. Echt nice. Wir haben heute uns folgendes ausgedacht. Nein, du kannst dich schon abdecken. Das ist nicht so schlimm wie ich dachte. Also ich hab sie mal als provisorisch mitgebracht, aber ich glaub der Kameramann braucht ihn her. Jedenfalls muss ich ganz ehrlich sein, Leute. Wir haben heute eine kleine Challenge im Rahmen der Google Play Kampagne. Hier gibt es wieder ein bisschen was zu spielen. Und zwar spielen wir heute gemeinsam Wortguro. Wir haben gerade schon zwei Parts aufgenommen. Einmal bei Proba, einmal bei Pukki. Ihr könnt ja natürlich beide abchecken. In der Videobeschreibung findet ihr die Links. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen eine kleine Challenge draus. Es geht wieder darum, wer die meisten Wörter erinnern von 15 Minuten erreden und glaubt ja nicht, dass das einfach ist. Wir haben alle drei sehr, sehr langsame Gehirne. Oh ja, Moment. Bei dir funktioniert es doch am besten tatsächlich. Ja, na na na. Ja gut, Pukki ist hier mit Abstand wirklich der langsamste, das kann man nicht anders sagen. Und am Ende geht es quasi darum, wer dann im Level am weitesten fortgeschritten ist. Und das ist quasi die Challenge im Rahmen dieser Kampagne. Ich bin bereit, so ist es nicht. Nee, dann redet man zur Hände. Ganz kurz, die Wortbüro funktioniert. Diese App ist relativ simpel, ihr müsst die ganzen Buchstaben miteinander verbinden und dann entsteht aber so ein neues Wort. Das seht ihr jetzt leicht, denkt man, das kriegt sogar ihr gerafft. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Es geht darum, 15 Minuten die meisten Wörter zu erkennen und wir starten direkt in die App in 3, 2, 1, los. Okay. Ja, dann haben wir nochmal den hier. Dann haben wir nochmal den hier. Äh, natürlich, klar. Und, äh, äh... Jetzt kann ich bei dir auch gucken, ne? Äh... Nee, er grad Doppel-E. Oh, gut. Mh... Deine... Mh... Die... Die... Das, was du bei deinen Videos nie hast. Ah! Gut. Also, ob wir drauf kommen. Ja, danke. An der Stelle. Hä, wie hast du das jetzt so schnell gemacht? Junge, hör auf abzugucken, Alter. Zieh die Tüte wieder an. Was ist denn mit dir? Ich bin mit der Tüte. So... Es wird nicht kurz... So ist gut, so ist gut, ja. Das, also... Äh... Ist es vielleicht... Hast du schon nirgendwo... Ah, natürlich. Ganz klar, das war relativ simpel für mich. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Meist ist natürlich eigentlich der Wörter, wenn du das mal kennst. Wie sieht's bei dir aus? Du hör auf die Simpel, wenn du da jetzt... Zieh die Tüte wieder an. Ich hab nicht geguckt. Äh... Nee, ich will die nicht mehr. Ist okay? Muss ich dir Geld dafür geben? Für mich ist es nicht in Ordnung. Also, ich kenn mal für die Zuschauer. Ist auch besser, wenn du die anbelnst, aber... Ja... Bist du durch? Nein. Dann sind wir genauso. Wir hängen jetzt wieder an der gleichen Stelle. So... Und... Nicht hingucken, nicht hingucken, Kollege. Hat er geguckt? Nee, nee. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Zeitbucheneffekt. Thomas. Ey, Digga, ich mach die ganze Zeit irgendwelche Extra-Wörter hier. Ja, ja, die Bonus-Dinge. Hör doch auf, jetzt drauf zu gucken, Junge. Ich guck nicht. Ich hab drei Extra-Wörter gerade bekommen. Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Bist du schon fertig? Oh mein Gott. Huh. Keiner geguckt. Ich hab großen Vorsprung jetzt, Leute. Der guckt wieder ab. Der... Ganz ehrlich, ich mach jetzt hier den Bildschirm aus, Digga. Ah. Ja, und jetzt... Ja, der war dumm. Das war gerade ein bisschen dumm, muss ich gar nicht gestehen. Das war gerade wirklich dumm. Aber natürlich sind wir jetzt hier schon wieder ein bisschen weiter. Da kann man auf jeden Fall mal lange drauf warten. Was soll das denn jetzt? Ganz ehrlich, Alter? Nee. Ich fühl mich hier wirklich nur noch... Also, das ist... Ähm... Engels? Nee. Engels vielleicht einfach... Nee, das ist nicht. Ah, ich hab alle. Jawohl. Jo. Das wird aber ganz leise hier geflüstert. Habt ihr jetzt gerade gesehen, was ich gerade gemacht habe? Es war wieder ein Extra-Wort, Alter. Ich könnte auslösen. Oh. Bei dem davor. Ah, jetzt hab ich's. Warte. Es ist komplett... Es ist komplett... Ahaha. Ah. Es... Get it, Leute. Okay. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Wort, das sollte ich auf jeden Fall kennen. Ein Punkt, der hat auch noch nie was gehört von diesem ersten Wort hier. Ähm... Das ist alles extra bei der... Egal. Es ist wirklich... Also, es ist einfach nur... Ehm... 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 Propa, kommst du zurecht? Nein. Nein. Oh, Dinger. Da musst du ja gerade richtig nachdenken, Alter. Okay. Okay, okay. Also, so langsam komm ich ins Game rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und füll grad einfach alles falsch aus. Ach, ich bin... Eisen. Eisen mit Mehl. Ich bin zu dumm. Richtig. Oh mein Gott, wie komm ich denn auf dieses letzte Wort? Was ist denn das, Alter? Das... Ich hab's. Das war lang. Junge, da hast du aber ganz schön lang für gebraucht. Probier mal eins. Alter, jetzt geht's aber ab. Bruder. Heftig, Mann. Wo bist du bei Level? Ja, ich bin bei Level 40. Grüße genau bei dich. Ähm... Gut. Gerade läuft es aber auch richtig gut hier. Für mich läuft gar nichts. Hu, hu, hu. Let's go. Level 40. Das war easy für mich. Liste? Das ist wahrscheinlich drin, das Wort. 10 Sekunden. Äh... Hast du nochmal Eis-Tee probiert? 5... 4... 3... 2... 6... Go. Los. So, du bist du bei Level 38. Pukki bei Level 36. Ich bin bei Level 41. Und das tatsächlich unten schon. Da kann ich einfach nur sagen, Pukki, setz hier bitte die Tür so rum auf. Krasser Mütis. Wir waren dann jetzt in die anderen hier. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war relativ einleitig wie das bei den anderen aussah. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm... Das muss an der Stelle nicht sein. Schaut auf jeden Fall gerne bei Pukki oder Poppa vorbei. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Auch wenn, wie gesagt, mein Gehirn jetzt einfach wirklich... Pukki, echt geil, dass du hier gewesen bist. Es hat eine Menge Spaß mit dir gemacht. Ja, mit dir auch. Super. Poppa? Ja. Wir sind durch, oder? Ja. Schaut bei Poppa, schaut bei Pukki vorbei. Damit bin ich voll raus. Macht's gut. Und vielen Dank für ein Google an diese wunderbare Kooperation. Das Gelb ist in der Videobeschreibung zu finden. Über den Playstore abrufbar. Ich küsse euch auch. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.